Musik 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 die position der stützpfeiler das sind südlichen stützpfeiler oder wie Wie, hä? Geh ich nicht um? Ich glaub schon. Ah, Leute. Boom. Oh, oh. Granate. Nicht gut. Nicht gut. Jawoll. Schön gemacht. Weck der mit. Boom. So. Ich kann eigentlich die ganze Zeit so weitermachen, ne? Boom. Ich werde nicht spawnen da jetzt die ganze Zeit. Boom. Boom. Haha. Boom. Ah, mein Schatz. Stachel platzieren. Stachel platzieren. Und... Fünf Minuten. Oh, 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 oh. Bewegung! Aua, aua. Boah, dieser Ton, alter. Gibt die gar nicht mehr. Aua, aua. Ja. Stachel platzieren. Spreng ihn. Noch einer. Oh. Das war's. Der letzte. Nrc-Verstärkung nähert sich. Ankunft in... Mach ich. Erstmal eben durch. Danke. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Einfach zurücklaufen. Tschüß. Angriff! Noch einer! Tschüß. Hochjagen! Rauf da! Ich gebe Deckung! Ich will's sehen. Ey! Wie komm ich denn da rauf? Warte. Loy. Unauffälliger kann's auch nicht mehr sein, ne? Ja. Spreng die Sätze zünden. Jawohl. Komm, schau wenigstens dahin. Es gibt ein Problem! Was jetzt? Noah. Ich hab' es! Es sind fast so aus, als wollten sie uns vom Bahnhof fernhalten. Aber warum? Nimm mich heute hin. Halt! Ich glaube... Angriff! Durchbruch beim Rapses Bahnhof! Kane! Geht es dir gut? Es war Taylor! Es war Doppelserlinn! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Bist du es? Ich weiß nicht, was zur Hölle hier los ist! Oh doch! Ich geh mal... Ich geh mal... Ich geh mal... Ich geh mal... Hä? Von wo? Mh, so fuck halt! Nicht von hier. Kehre zurück zum Unterschlupf. Und was will Taylor von uns? Hä? Ich glaube, ich bin krass hart verrückt. Ja, natürlich nicht. Ich glaube, natürlich nicht. Ne, das sind unsere. Hier runter. Ups, warte. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. So. Mach mal was. Oh, oh, boah, Alter, war das knapp. So, das ist da weg. Okay. Die sterben alle. Enten kommen aber noch welche. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo ist Hendrix überhaupt? Oh. 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 Kommt, bumm. Jawohl. So. Oh, der unten. Oh, oh, gerade ist der... Aua, 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 aua. Hey, noch ein wenig Hilfe. Ja, ich komme hier schon. Da war gerade noch eine Granate. Wo du einfach reingelaufen bist. Bereit? Eins, zwei, drei. Hey, Mann, lebt da drin noch jemand? Verbündete, kommen rein. Den haben sie anscheinend nicht vertraut. Das Ding hängt am Seiten entfallen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nicht schießen. Freunde, Windslow abkommen. Oh, oh. Oh. Alter, Futter. Diese Textur. Helfen Sie mir. Bitte. Scheiße. Okay. Ich werde sie bewegen. Nicht wie Raus da! Oh, oh. Oh, scheiße. Der Pilot ist tot. Scheiße, komm schon. Wir müssen los. Wohin müssen wir? Werfen der Kanate. Oh, 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 oh. Da. Schön wieder erstmal draufschießen. Und jetzt... Aufschießen. Und... Komm, mach. Ich habe keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Da. Muni. Danke. Komm schon. Gibt's noch nicht. Boah, erstmal nachladen. Jawohl. Gut. Aua, aua. What the fuck, Alter? Natürlich. Natürlich. Äh, da. Komm. Bumm. Mach bitte bumm. Oh. Sturzmann, Vorsicht! Oh oh Nicht gut, nicht gut Oh Gott, Alter Das hier geht Wofür hab ich der? Du hättest uns noch nie lassen, Mann Aua, Mann Wofür lauter Täler die ganze Zeit, Alter Was mach ich da? Wir müssen uns in der Wahrheit stellen Wir brauchen dich nur Du kennst mich an Rex besser als irgendjemand anderes Ich dachte, du willst mein Freund So, riesige Kettenreaktion Warum lässt du uns nicht einfach gehen? Wir müssen mit Ketten reden Mach ich da eigentlich Sie ist wieder geschützt, oh 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 Komm Komm Jawoll, und letzter Komm, na, na Ah Voll jetzt der erste Ist ja hässlich Muni, 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 Muni Ja komm Bumm Boah Junge Diese Mission Das ist der letzte Warte Keine Zeit zu verschwenden, na los Nein Wir haben was übersehen Was übersehen? Wo ist das Dead System? Oh Gott Dead System offline, wiederhole, Dead System offline Alles klar Scheiße, in Deckung Ich bin nicht Ich bin nicht Sie hören nicht auf, dem Feind zu helfen. Wir schlagen zurück. Ihr wisst noch nicht mal, wo sie sind. Cain, was ist mit dem Sender? Finden wir damit, Salim? Das Signal ist stabil. Ziel bewegt sich südlich von Kebesche. Verstanden. Treffen uns im Unterschlupf. Hoffentlich kann ich dir vertrauen. Gibt es einen Grund, dass ich erst jetzt von dem Peilsender erfahre? Haben Cain und du jetzt schon Geheimnisse? Ganz ruhig, Hendrix. Dein Kopf ist seit Singapur nicht mehr ganz klar. Alles klar. Cain hat das nicht entschieden. Ich war's. Wir haben eine Chance. Mit Salim finden wir auch Taylor. Trotzdem war's nicht richtig. Ich habe... nur meine Zweifel an dieser verdammten Mission. Ja, ich verstehe. Aber wir haben einen Job. Ich weiß. Es scheint nur falsch. Es scheint nur falsch. Jetzt müssen wir Salim finden auch noch. Schon wieder. Wieder ein Ladescreen. Könnte sein, dass die Mission schon wieder vorbei ist. Gibt's doch nicht. Die Mission gehen voll schnell vorbei. Okay. Okay. Ja, Mission vorbei. Wir haben Elite Outfit bekommen. Steinsmagazin. LV-Aufsatz. Cool, cool, cool. So. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Für heute sage ich, haut rein. Bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.